...wählen Sie den Sicherheitsdruck im Falle unerwarteter Populenzen während des gesamten Flügels geschlossen zu lassen. ...wählen Sie Ihren Rückenlehnen senkrecht und stauen Sie das Tischchen bei Stab, Landung und unerwarteten Populenzen. ...wählen Sie Ihren Rückenlehnen, Sie können Sie mit dem Zirwisch aufbauen. ...wählen Sie Ihren Rückenlehnen, Sie können Sie mit dem Zirwisch aufbauen. ...wählen Sie mich nicht, dass Sie es nebenstelle. ... ... ... Es verstößt gegen Luftsicherheit vorschriften. Die Sauerstoffmasse ist über die Dachsicht verstaut. Im Falle eines flüssigen Abfalls wird die Masse automatisch ausgeworfen. Ergreifen Sie die Maske. Legen Sie sie über Nase und Mund. Und atmen Sie bitte nur mal ein und aus. Nur wenn Sie Ihre eigene Maske aufgesetzt haben, können Sie anderen helfen. Die Schwimmweste befindet sich unter ihrem Sitz zwischen den Armlehnen oder den Achterfüllen. Man benutzt sie im Falle einer Notswasserhof. Sie sehen Sie die Grünweste über den Kopf. Kurz vor Verlassen des Flugzeuges, schließen Sie den Beschluss an der Vorderseite. Man kann durch das Mundstück am oberen Ende der Schwimmweste die Wäste weiter aufblasen. Die Schwimmweste leuchtet bei einer Nachtlauflandung den Wasser automatisch. Bei einem Notfall ziehen Sie Ihre Stücke Schuhe aus und lassen Sie alle scharfe Gegenstände zurück. Beleibe Sie diese Haltung bis das Luftzeug gelandet ist. Die Schwimmweste leuchtet bei einer Nachtlaufbahn öffnen Sie das Luftzeug gelandet ist. Die Schwimmweste leuchtet bei einer Nachtlaufbahn öffnen Sie das Luftzeug gelandet ist. Die Schwimmweste leuchtet bei einer Nachtlaufbahn öffnen Sie das Luftzeug gelandet ist. Die Schwimmweste leuchtet bei einer Nachtlaufbahn öffnen Sie das Luftzeug gelandet ist. Die Schwimmweste leuchtet bei einer Nachtlaufbahn öffnen Sie das Luftzeug gelandet sind. Deine Art. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. You like a beef and some bread, wine sauce, salad, Italian. And soup, chicken soup, Chinese chicken soup. Yeah. You don't need to choose it. It's just you choose the salad and the mango. Yep. It's okay. And the second meal, you like fried noodles or Chinese snack. You don't need to choose. You don't need to choose. So we will serve you with a cake and fruit. Oh, what kind of fruit or what? Fruit. Fresh fruit. And something to drink with the... Tea. Tea. Free. Green tea. Yeah. Thank you. 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 See you. Yes, thank you. Thanks, David. I'm trying to explain it to you. You need to rice or... Oh, I know. It's red outside and the... I know. It's that and the brown. Das ist der ganzen Flughafen. Ich wundet es, wie man so schnell so tief schlafen kann. Ich wundet es, wie man so schnell schlafen kann. Das ist der ganzen Flughafen. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.